Weg! Ja wie soll ich denn diese Cyborgs sind die wieder weg? Na super, aber was mache ich jetzt? Das liebt ja richtig scheiße, man kennt das ja. Wieder nie mehr da durchgekommen. Ich habe auch nichts gegen Luftziele, das ist das Problem. Ich habe nichts dagegen. Wo ist eigentlich der andere jetzt abgeblieben? Wie nennt eine Drohne? Ach da hinten hängt die rum. Ach ja. Amputat bräuchte ich, aber habe ich auch nicht. Ich habe nichts gegen Luftziele. So. Ja. Wieder dran? Naja, natürlich nicht. Ganz weite Strecke müssen wir jetzt auf uns nehmen. So. So. Was hieß denn hier auf den? Ja, ich muss da irgendwie zu sehen, dass ich... Irgendwie ein paar Einheiten zusammenkriege. Irgendwie, warte mal. Ich brauch mal Plutonium ey leider kann ich ja nicht mehr was gegen diese Drohnen, diese Cyborgs machen das ist das Problem 3 haben wir noch zur Verfügung, würde ja noch reichen um Plutonium zu kommen aber ich mach's dann wieder richtig schlecht hier ich mach's dann wieder richtig scheiße ja die brauch ich mal dort dann müssen wir es dann hier auch irgendwie absichern das sind wir hier drüber durchgekommen aber hier ist das Problem dann müssen wir dann irgendwie da rüber dann müssen wir diese Seite hier sichern das heißt hier muss auch noch irgendwie abgesichert werden da sind es wieder welche aber wir haben ja ein bisschen Verstärkung her wenn die Gruppe fertig ist so jetzt ist die Gruppe Verstärkung da gleich mal hier hin am besten nochmal welche nochmal in die Gruppe so warum ist das Hauptlager von denen so ein Langdampf oh Gott die haben die ganze einquartiert hier Kremator ich weiß ja eigentlich Luft Einheiten kann ich aber gar nicht er hat Nerven er hat Nerven ey was ist das wieder für den Mist hier da kommen wir ja nicht rüber warum ey das doch wieder ach das ist blöd das ist blöd dass das immer so knapp bemessen ist na super muss eben ein paar mehr mehr bezahlen na super das ist wieder so typisch hier ja ja das ist mehr nervig das ist wieder ein bisschen blöde finde ich ja das ist dann nie gereicht ja das hätte ich besser platzieren müssen ich weiß das war mein Fehler nicht vom Spiel mein Fehler war das das ist wieder Rekonstruktion er konnte mir echt die Kopfschmerzen wenn ich das wieder sehe in Videos dann sage ich denke ich oh Gott was bau ich für den Mist zusammen ihr müsst ja mir nicht in die Kommentare schreiben ich weiß es ja ich spiel extra so schlecht oder so die nächste Gruppe fertig gut ok ok wo kann ich so ein Ding wieder bauen na baue ich das hier hin was solls und dann baue ich hier noch die Luftabwehr hin baue ich am besten da die Luftabwehr hin und ist die da gesichert wenn wir das Ding wieder absnappen hier hier aber irgendwie war Plutonium ach wir machen lieber hier hier bauen wir noch ein paar Lager würde ich sagen ah gut ja was ich hier vielleicht bauen sollte machen wir gleich wenn ich Plutonium habe da kann doch nämlich dann da hin da kann doch nämlich dann da hin wir müssen dann dafür sorgen dass wir hier mal ein bisschen Plutonium kriegen dann können wir uns bei einer Lager aufbauen so ok ok dieses Basenmodell brauchen wir gleich mal umrüsten und Luftabwehr ok los gehts ja da hat ja doch noch hingehauen also so alles halb so wild so jetzt können wir hier so ja genau baut auch hier auf so wir jetzt einmal ein paar Erwartungsplattformen haben und da will ich dann ein paar Skimmer bitte wie viel brauchen wir denn davon noch 14 17 20 23 so ok dann gehen wir da hin zurück und reparieren unbedingt nötig so das muss nicht mal gemacht werden so und das auch besser so das muss nicht mal gemacht werden so und das auch besser Lager bitte Speichermodule okay Lager bitte Speichermodule jetzt haben wir hier ja haben wir das schon mal gebaut und eine Gruppe bauen eine Gruppe können wir da noch bauen ok Datensphäre ja da darf ich die nicht hin bauen dann baue ich ihn ein bisschen hin ja hier machen wir da ein bisschen den würde ich mal hier hinten bauen kann ich gar nicht ach Gott ach Gott auch hier so ein Mist woher ich ihn da hin ja egal so da haben wir zumindest die Grundversorgung aufgebaut so da müssen wir gleich auch noch da müssen wir gleich auch noch Verteidigungsstellungen hinstellen ok ok was hat denn die Datensphäre für uns nichts was wir uns anbauen könnten naja hier steht schon so dann müssen wir uns lange hier vorarbeiten ich bringe dafür Sorgen dass wir alles kaputt machen dann müssen wir da auch weg oh Fruchtlabore en masse ich versehe gut ich wollte die wollte ich da hinschicken ne dir kommen die da mit bei so haben wir noch ne Gruppe ahja da kann ich doch gar nichts gegen machen ne hab momentan mit keiner Sachen da müssen wir gleich dafür sicher gehen da hinten ist natürlich ziemlich scheiße jetzt da kommt er ja dahin ja geht so fliegt so dahin Idioten naja ja wollte ich nämlich grad mich drum kümmern um die abwehr naja naja die oben ist scheiße ne naja da wir wollen die eigentlich hin naja die brauchen die mich mal hier komm her So, der wollte mich grad irgendwie drum kümmern um nens Dache. Mal gucken wie ich da... Was war denn das? Na wo sind sie? Wieder nerven. Ah, das Dache, die kann ich das Dache bauen. Lange oben rum. Sieht ein bisschen unorthodox aus, aber... Dann baue ich noch hier nur einen hin. Wie es da ein bisschen sattelfester aussieht. Ja genau, hier richtig fett, richtig viele. Wie es sich so gehört. Dann machen wir mal diese Verteidigung hier auf. Das ist immer wichtiger. Ja. Dann kommen da noch diverses Brunengeschütze hin. Und diverses Luftverteidigung auch noch. Ja. Immer wichtig hier, dass das Anbringen immer keiner mehr durchkommt. Ja, da kommen sie mir grad wieder. Wenn man grad drauf spricht, da können wir ja nix machen. Befürchte ich. Ja, wir machen alles kaputt. Und ich kann nix mehr abbauen, ja. War wieder zu viel auf einmal. War wieder doof gemacht. So. Ja. Dann werde ich einmal ein Terra-Pult im Meta bauen. Wie man sehen, war die auch rechtzeitig. So. Da kann ich momentan wieder ziemlich schutzlos ausgeliefert. Die fliegen nur wieder irgendwo rum. Ja. Ja. Das wollte ich halt vermeiden. So. So. Ich muss das mal machen. Ja. Einmal die Terra-Pult im Meta. Ich bin mal nicht dran. Ja. Es hat halt noch ziemlich löschen in der Verteidigung. Aber... Das wird sich gleich hoffentlich lösen. Soweit das hier online ist alles. Soweit das hier online ist alles. Komm her. Kannst ja wieder weitermachen. Ich muss doch gar nicht hin. Na gut. Bist halt so doof. Mir egal. Das sieht doch ziemlich ausfallsicher aus. So. Kommt immer da hin. Oder auch. Ja. Dann werden die gleich machen. Wir kriegen gleich einen größeren Empfang. Ja. Aber hier müsste ich auch noch auf Verteidigungstürme hinstellen. Weiß ich noch nicht wie das mache. Einmal ganz sicher aufbauen. Warte mal. Was braucht man denn noch? Der ist auch online mittlerweile. Ein Schredder. Ein paar Schredder bauen. Ja. Da müssen wir ein paar... Ja. Da müssen wir ein paar... Rapperierst du den eigentlich nicht? Dann bauen wir noch ein paar... Äh. Ein paar... Reserve-Silos. So. Ganz wenig Klappern-Ressourcen. Das aussieht. Ja. 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 Na. Ja. Wann wieder warten. Die sind mir leer mittlerweile. Aber wir werden ja auch noch alles aufgebaut hier. Ja. Kein Problem. So. Fahr nochmal lange auf. Da können wir noch ein paar Silos. Ja. 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 Na. Ja. Nur mal einen langen Namen hier aufbauen. Ja. Wir sollen nochmal alles mal... 6700 können wir jetzt in den... Lagern. Das ist gut. Oh. Da kommt ein Golgotha. So lange die Angriffen nicht so ausfallen wie in der letzten Mission. Das ist ja eigentlich kein Problem. Oh. Und dafür halt deutlich mehr Geschütze. So sieht's aus. Oh. Deutlich mehr Geschütze dafür. So sieht's halt aus. Oh. Ich will eher mal hier sicher gehen, dass ich hier genügend lagern kann. So. Das ist nochmal das Wichtigste. Können wir zumindest deutlich mehr Plutonium sichern. Ach. Das ist alles voll. Okay. Wie haben wir jetzt hier einen Schredder? 8. Ja. 1250. Das dauert zu lange. Und hier alles wieder verbraucht an Ressourcen. Äh. Das kennt man ja. Das läuft immer ab. Das läuft auch immer hier. So. Okay. Ähm. Dann müssten das 10 sein. Das ist gut. Das ist gut. Dann können wir mit denen nämlich hier dieses Stürme hier. Ja. Dann können wir mit der Artillerie das so ganz gut. Oh. Alle ne? Gut. Aber da brauchen wir auch nicht so viel. So. Dann pack die da mit rein. Ich brauche mehr Ressourcen. Und andere? Ich seh die wieder nicht da oben ist. Ich brauche da mehr Ressourcen. Gut. Ratter sind voll. 1250. Da brauchen wir noch ein paar von denen. Ich brauche den Niedern. Ich brauche den Niedern. Ach. So viel. Ach. Ich will trotzdem noch Ressourcen hier reinbringen. Okay. Das war der Angriff. Das geht ja doch nicht schneller, ne? Wohl doch zwei können sie maximal in Vollsorgung aber es dauert zu lange einfach. Jetzt müssen wir eigentlich mal versuchen hier vorzurücken. Ach. Da bräuchte ich mal ne richtig fette Waffe, ey. Er rückt doch mal mit den Threadern vor. Oh. Rudern wir mal mit den Skimmern. Was ist der da hinten? Für alle Fälle nehme ich sollte ich mal einen mitten in den Balken. Ja. Komm ich da neben ihm dran. Komm ich da neben ihm dran? Ich bin hier so durchgekommen. Ich saus. Gut. Was sagen. Los geht's. Los geht's. So. So. Sollte gar nicht so viel bringen gegen den. Jetzt kann ich den nicht angreifen. So. So. Den haben wir wohl erledigt. Wie kann ich den nicht angreifen? So. Wie sieht's ja außerhalb der Reichweite. So. Wie sieht's ja außerhalb der Reichweite. So. 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 Kann ich mal den machen wenn er will. Wird ja auch immer repariert. So. Weiter geht's. Hier hin. Ja. Wenn er ihn mal vorbewegen würde. Aber wieso kann er den ja nicht angreifen? So. Wenn er nicht besser weiß. divulgarten. Wieso�� tieren Traicum ab? Da Assetsun erictional. Von dem dran kommen wir nämlich. Denn der hat wohl keine Lust. AngereDaherk vitro paceige. Angegriffen zu werden. Na gut. Ist mir auch egal eigentlich. Erstmal. Dass das nicht kaputt geht. Das war's. Das war's. Oh, das war's. Ja. Ziehen wir mal da. Ziehen wir mal da drauf. Ja, der nervt mich da ein bisschen, aber naja, soll mich jetzt nicht stören. Okay. Ja, drauf da. Ja. Ja. Was wollen die denn denn? Was sollte das denn werden? Gut. Gehen wir fertig. Lass angreifen. Irgendwelche Sklaventypen hier. Warte mal. Wir haben hier noch ein paar Noiden. Warum baue ich die eigentlich nicht? Ja. Ja. Ja.